hallo hallo und herzlich willkommen zu einer neuen folge von naruto shippoon ultimate ninja storm 4 übrigens vier nicht vergessen freut mich auf jeden fall dass ihr wieder mit dabei seid sehr sehr nice freut mich ja heute geht es weiter mit der pur pur roten rote bestie maito greift an das letzte mal wieder das gemacht das war sehr nice schaut gerne mal rein wenn ihr die folge noch nicht gesehen habt und ja wenn wir das durch haben sind wir beim letzten aber dann werden wir erstmal das machen die nächsten folgen leute diesen weg spielen mit sasuke dass wir dann beide seiten gesehen haben mehr oder weniger und ja ich würde sagen genug geredet ich habe mega bock dass es weiter geht ich bin mega drin ich hoffe ihr auch ey mir macht es mega spaß sehr sehr nice und das reingehen oder ich bin halb zu kommen let's go let's go okay jetzt fiel gemadara ja nice mit geil okay mal gucken wie es wird haben wir jetzt auch wenig gespielt aber ja mal gucken ich habe bock wir haben neue charaktere zu spielen weil ich immer muss aber dementsprechend natürlich immer wieder reinkommen ihr wisst bescheid neue charaktere und so dieser jump mega ah shit wir werden zerstört wir werden komplett zerstört gerade komplett zerstört komplett aber noch sind wir da nein scheiße der hero da dora hat nicht geklappt okay wachen machen wir natürlich wenn ich ihn bekomme denn er pusht ein bisschen der gute okay nice let's go junge mega nein jetzt nicht verkacken nein wir verkacken ein bisschen leider gerade nein okay nice okay wir haben es ein bisschen gerated glaube ich es war noch okay aber es hätte viel viel besser laufen können also müssen doch vielleicht na dumm dumm komplett dumm mega gut wir werden wieder wachen perfekt nice hey leute ich verkack glaube ich na obwohl ja vielleicht kommen wir nochmal ran vielleicht kommen wir nochmal ran aber ja schwierig 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 na gut das war es mit der wachen fähigkeit schon wieder nice komm wir lan komm wir lan oh leute oh leute vielleicht wird es ja was nice oh wie mega crazy was war das junge okay es reicht noch nicht aber wir müssen dranbleiben aber es war nice es war ein richtiger anime moment nice und erwachen fähigkeit komm ballern wir noch rein ich hoffe es reicht komm let's go junge nice das hat mega gut geklappt bisher oh nein 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 das war's shit leute oh man ey das war so nice hätten wir es geschafft direkt na egal komm ey es nervt mich ne merkt es schade schade na gut egal ist ja egal was wir nehmen ein hit nur ne dann haben wir eh gewonnen oh leute wir hatten alles eigentlich na gut egal komm na gut na gut schade na jetzt ist echt ärgerlich weil es wäre cool geworden aber gut ey jetzt ist los leute ja egal leute c es hätte besser sein können ich hab zwar kackt am ende bin ich mehr rausgekommen aber der moment war trotzdem cool mit dem äh finnisch aus dem schluss egal schade 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 Wenn ich jetzt nicht mit mir, dann kann ich es nicht mit mir sein, dann kann ich es mit mir sein. Das ist nur das. Was ist das? Ich habe es geschafft, dass der青en Wälder ist. Ich habe es geschafft, dass der青en Wälder ist. Gai-Sensei, dass ich den Wälder? Das ist nicht so, was ich. Das war's für mich. Das war's für mich. Das war's für mich. Nein, das war's für mich. Gai-Sensei? Gai-Sensei, das ist wirklich das? Du hast es schon gesehen. Ops? Es gibt keine Worte, oder? Ich würde mich jetzt zu erwarten, dass ich mich liebw. Tun wir auf das Grä acostumbrief. Das war's für mich so, wirklich mein Problem. Mein Name ist ein Lauf. Wirklich? Dann nehme ich meine eigene Glocke. dass ich mich trotzdem liebw. Das war's für mich. Ich habe mich, als ich, von dem Gehäfen und von dem Gästen. Und ich habe das wichtig, dass ich die Liebe übernehmen kann, von dem ich von dem Gehäfen und von dem Gehäfen zu gehen. Das ist das, was ich. Und dann, dass ich mich für das letzte Mal zurückkehren. Das war's für mich. Das war's für heute. Okay, let's go, decken nächstes Mal gemeint in Madara. Okay, wir haben neue Fähigkeiten. Okay. Okay, wir können das durchbrechen so, perfekt. Nice. Mega. Okay. 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 Okay, wir können nicht so viel machen Leute. Ich muss einfach nur Ballern, draufhauen, ihn stun, dann wieder Damage machen. Also macht aber Bock. Macht aber irgendwie mega Bock. Kein Plan. Macht mega Bock. Nice. Egal. Feier ich mega irgendwie. Macht mega Spaß. Keine Ahnung. Defekte und so. Macht mega fun irgendwie. Okay. Nice. Cool. Okay, wir haben ihn gleich. Also wir haben den grüß denfalls weg, dann noch das gelbe. Dann hat er noch roten Balken. Okay. 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 So, wir sind unter anderem. aber wie gesagt es ist anspruchsvoll denke ich habe aber trotzdem bock wie gesagt ziemlich chillig bisher ja jetzt vielleicht okay aufweichen perfekt ok da doch mal so zwischen gibt es inzwischen dinger die man machen muss so ausweichen quicktime events aber sonst natürlich natürlich ballern wenn wir also durch ballern die nächste konzentration aber das ok das kennen wir schon das kennen wir ja schon direkt jetzt hier ok das war schon nice ok jetzt kommt er richtig wahrscheinlich letztes leben also beruht sind wir schon ok das war's cut ziehen oder vielleicht wieder events ihr wisst bescheid tatsächlich ok konzentration jetzt hier leute gut knapp aber es war gut sie haben es geschafft perfekt nice cut ziehen wieder die cut sind in den game leute 1a wirklich ist ne 10 ist ne 10 wirklich okay perfekt wir haben alles geschafft wir haben alles geschafft nice boah diese cut ziehen leute insane insane wirklich jetzt ist heftig ich liebe es ich liebe es den geheimfaktor aktiviert haben wir erreicht okay ja okay nehmen wir mit nehmen wir mit okay keller auf 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 hat hat ak Was ist das, was das Gefühl? Das ist der letzte Worte. Kai-Sensei! Kai-Sensei! Was ist das? Wenn du siehst, wenn du siehst, wenn du siehst. Ich denke, dass du dein Körper verletzt hast. Ich habe das Leben. Ich habe das Leben. Kai ist nicht sterben. Das ist wirklich? Das war's für mich. Geh! Wer hat den Gäuel? Wer ist das? Wer ist das? Ich habe mich nicht nur, dass ich mich fühle. Ich habe das Gefühl, dass dein Leben sehr leicht ist. Untertitel fürs ZDF, 2020 Okay, das war's, der große Endkampf, also immer noch der übergeordnete Begriff, aber die Popo und der Batsch, die haben wir jetzt gemacht, Maito Gai greift an und Hachi-Mon, Tunko-Formation, oder Hachi-Mon, besser gesagt, Tunko-Formation. Insgesamt B, ja, kann ich mitnehmen, wie gesagt, B ist immer so, ja, kann ich mitnehmen, aber das andere wäre schon traurig, aber, ja, bisher hat mir noch kein S. Das werden mir wahrscheinlich auch nicht mehr erreicht, aber, wie gesagt, ist mir auch egal, ne? Ist mir ja auch egal, Hauptsache, ne geile Story erleben wir hier wieder. Spielcharakter freigeschaltet, Gai, großer Niederkrieg, okay, cool, heiß, nimm mir mit, nimm mir mit, natürlich. So, wir haben uns noch nichts freigeschaltet, weil, also, den Hauptkampf haben wir noch nicht freigeschaltet, weil wir noch mit Sasuke spielen müssen, also Sasuke, äh, den Weg, den werden wir dann in der nächsten Folge angehen, Leute, Weg des Jin, oder Yin, Yin, besser gesagt, ja, Donnerfall, Sasuke tritt vor, ey, ich bin gespannt, wie es dann hier weitergeht. Wir sind bei 70%, Leute, und wir nähern es dem Finale immer mehr, ähm, ja, es hat wieder sehr viel Spaß gemacht, oder, Leute? Es war ein geiler Kampf, ähm, der zweite war ein bisschen, äh, ja, anspruchslos, aber trotzdem irgendwie cool gemacht, und die Cutscene, Leute, war mega wieder, ne, die Cutscene, wirklich, I love it, I love it, äh, ich liebe das Spiel jetzt schon, und, ich freue mich, dass es dann weitergeht, und ich freue mich, oder habe mich gefreut, oder freue mich dann, wenn ich sehe, wenn ihr geliked habt, das Video, danke dafür jetzt schon mal, oder wenn ihr den Kanal abonniert, oder einfach einen Kommentar leist, oder einfach zuschaut, Leute, vielen Dank dafür, für das Dabeiseite, und so weiter, sehr, sehr nett, sehr, sehr cool für mich, und für euch auch, wenn euch die Folge gefallen hat, ne, logischerweise, und, ja, Leute, in der nächsten Folge geht's dann weiter, ich bin gespannt, wie es dann weitergeht, und, danke, ähm, ja, dass ihr dabei wart, und, ich hoffe, wir hören uns in der nächsten Folge wieder, dann würde ich sagen, noch einen schönen Tag, Leute, noch einen sehr schönen Tag, macht's gut, und, ciao!